herzlichen willkommen allerdings muss ich dazu sagen ich war damals auch schon sehr langsam also pvp ist nicht so mein ding alles andere ist kein thema aber bei pvp habe ich immer verkackt aber ansonsten ist alles gut ja der spaß war auch dabei jeden 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 jedenfalls für mich wir haben einen gefallenen skiff auf dem weg zum kosmotom eingreifen wieder in der nähe der vergessenen küste das sollte ich mir vielleicht mal genauer ansehen brauchst du was keine ahnung mal sehen hast du was neues hat er ja nicht so hallo bei den herzlichen kommen natürlich wieder neue folge obligatorische gucken nach der truhe quest da wollen wir hin die will ich machen weil da bin ich letztes mal hängen geblieben das heißt das letzte mal ist schon eine weile her jetzt inzwischen zwischendurch habe ich ja noch hexe gemacht ja da bin ich nicht weiter gekommen weil ich muss sich irgendwo sollte ich über rohre springen und so weiter und so weiter aber da habe ich noch keinen lang gesehen aber heute gucke ich mir das mal genauer an weil ich das springen als solches habe ich ja nur intensiv zu sehen dass der super leiter verwendung findet wenn ich nicht mehr machen intensiv geübt intensiv bei der hexe ein oder andere rettung die mechaniker töten ja aber wie gesagt wenn mir alleine ist dann ist natürlich hat man die arsch hatte aber gehen wir nicht allein und dann kommt doch auch so ein blöder so ein komischer läufer das sollte mir die sache etwas etwas erleichtern munition dabei getroffen dass sie sich schieß noch etwas und genauer kreft zwei auf einmal auch gut und in das wird das Ah, das ist okay. Schmetternachladen. Sehr gut. So, Munition sparen. Fun. Okay. Oh. Bist du Käpt'n oder bist du? Oder bist du Mechaniker? Ne, aber kein Käpt'n. Oh, nur viele. Das macht mich immer sauernd ab. Da ist der. Sehen Sie sich hauptsächlich kriegen. Wir haben, was wir brauchen. Ach so. Gut. Gut. Dann ist es schon mal gut. Trude. Aha. So, als Messi kommst du natürlich nicht in der Truhe vor uns, sondern in der Truhe vorbei, ne? Das geht ja mal gar nicht. Hallo? Der schießt mich. Oh. 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 Hey. Hey. Oh. 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 Das war's. Von wo? Ach, von da! Und von rechts auch. Von rechts auch noch. Erstmal weg. Reicht. Reicht. Gehäufen haben wir auch. Ja, jetzt muss man da rein, da durch, durch die Mauer. Gut, der ist ja noch einmal bei. Das geht ja dann auch immer noch durch die Mauer. Und dann kommt auch wo die Stelle dann mit dem Rumspringen im Dunkeln. Ich hoffe, dass ich das Hauptschen diesmal hinkriege. Okay. 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 Ah, fast nicht. Ach, ich auch noch nicht. Boah, du bist ja... Ja. Ja, okay, ich bin auch. Ich bin zu lahm und du bist ein glücklicher... Ein glücklicher Mensch? Ist man denn glücklicher? Wenn man Glück hat, ist man ein glücklicher Mensch? Aber manchmal merkt man ja gar nicht, was man für Glück hat, oder? Und dann ist man gar nicht glücklich. Drei Schuss ist natürlich nicht viel. Drei Schuss ist natürlich nicht viel. Okay. So. Munition. Voll. Aber... Schwere Munition brauchen wir noch. Ach, da ist ja noch einer. Aber keine schwere. Ich brauche schwere Munition. Auf Benjis Zettel steht, bei der Kluft ist eine verschlossene Tür. Aha. Verschlossene Tür. Da wird... Ich meine, das ist ja... Das ist ja nichts, selbst wenn hier... Mir ist das... Das ist ja nichts, mit dem... Das ist ja nichts, mit der Kluft... Das ist ja nichts. Ich bin in der Kluft. ok wird schwere munition her haben sie nicht die andere notiz sagt kluft viel spaß wenn wir nach kates versteck suchen das sind diese drei worte eine drohung gefolgt von sarkasmus ja da muss man es rumschrauben wochen hopsten aber ich glaube ich habe das so in euro